... Ja! 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 Super! Ja! Jetzt! Ja! Ja! Philipp! 20. Spielminute. Unser Gast aus Wilhelhorst geht in Führung. Spielstand 1 zu 0. Torschütze mit der Nummer 9, Benjamin Böhler. weg von Busch. Sekun, 2. Hey, es hat 2, 3! Na,sywann, das ist 7-1, also das ist 8-1, Darlingnement Partners. Auf die Marik Sunnis. Und schließt sie mit uns. Schlimmitt. 7-2, Und dann mal mitometrie Ж 2014. Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Schöne Sitter! Schöne Sitter! Gut Jürgen! Schöne Sitter! Schöne Sitter! Schöne Sitter! Ja, komm.